Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand, 4 zu 2. Und Godin. Herr Griezmann. Wiltshire. Wird's jetzt gefährlich? Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Pogba. Hector Bellerin. Henri. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ronaldinho. Esquieto. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt ist er durch. Esquieto. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Das könnte der Gelegenheit werden. Super dazwischen gegangen. Das war faul. Da muss er Freistoß geben. Jetzt wird's den Wechsel geben. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erst mal weg. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Pass jetzt vor den Cazola. Klasse! Jetzt vielleicht. Und das ist der Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Da geht er dazwischen. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Klassen. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von Wundparteischen. Toller Pass! Das war Pech. Das ist Abseits. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird ein Wechsel geben. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Oh, Willcher. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Die Chance lebt noch. Was für Tor! Der Treffer hier aus kurzer Distanz. Das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Er ist Griezmann. Nangolani jetzt. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Er setzt sich durch und jetzt könnte's was werden. Den Ball hat er. Vier Minuten bleiben hier noch. Szene geht weiter. Und da verlieren sie den Ball. Antoine Griezmann. Und nun ein Schuss. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Die Chance. Da kommt der Schuss. Gute Möglichkeit, aber völlig verunglückter Abschluss. Ja, da war er wohl zu nervös und überhastet, um den Ball zu platzieren. Orestes Canesis. Will er nicht abspielen? Der Torwart läuft mit dem Ball. Aus, vorbei, das Spiel. Aus, vorbei, das Spiel. Bist. Oder requests? S chiar hergulker R Oh,ene. St du, 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 du... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017